Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir eine hochinteressante These diskutieren, die da lautet, der Markt ist ein Gefängnis. Urheber dieses Gedankens ist der Politik- und Wirtschaftswissenschaftler Charles E. Lindblom, der erstmals 1982 dazu publizierte. Was kann damit gemeint sein, wenn wir den Markt als ein Gefängnis betrachten sollen? Das klingt höchst paradox, denn eigentlich stellt man sich im Kapitalismus den Markt ja als Ort der Freiheit vor, in der möglichst ohne Zwang und ohne staatliches Agieren gehandelt werden kann. In seinem berühmten Aufsatz, The Market is Prison, geht Lindblom jedoch in eine andere Richtung. Hier geht es auch nicht übrigens um einen planwirtschaftlichen Ansatz, denn Lindblom wurde bereits in den 1950er Jahren für sein organisationstheoretisches Modeling-Through-Modell berühmt, das erklärt, wie man das erfolgreiche Durchwurschteln der zentralen Planung entgegenstellen kann. Zunächst aber ein Hinweis. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast finanziell über PayPal oder Banküberweisungen unterstützt. Noch mehr habt ihr allerdings davon, wenn ihr Wohlstand für alle bei Steady oder Patreon ab 3 Euro im Monat abonniert. Denn dann erwarten euch zwei zusätzliche Folgen pro Monat. In Wohlstand für alle Literatur diskutieren wir über ein literarisches Werk im Hinblick auf die Ökonomie, von Jane Austen über Michael Ende bis Thomas Mann. Und in der Speak Easy Bar beantworten wir immer ausführlich Publikumsfragen aus dem ökonomischen, politischen, theoretischen und kulturellen Bereich. In der Beschreibung findet ihr die Links zu Steady und Patreon. Vielen Dank für die Unterstützung. Lindblom beginnt seinen Aufsatz mit der Überlegung, wie ein System aussehen könnte, das widerstandsfähig gegen Veränderungen ist. Man könnte ein System mit Institutionen schaffen, die so hervorragend sind, dass keine Veränderung je vonnöten ist. Diese Vorstellung ist aber sehr illusorisch. Realistischer sei ein System mit einem Despoten an der Spitze, der mit allen Mitteln Veränderung verhindert. Ob das dauerhaft gelingt, ist auch fraglich. Wünschenswert ist es jedenfalls nicht. Und dann gibt es noch so eine dritte Möglichkeit, die ist einfach und clever. Er schreibt, sie besteht darin, Institutionen so zu gestalten, dass jeder versucht, sie zu verändern, automatisch eine Bestrafung auslöst. Mit automatisch meine ich, dass die Bestrafung genau aus der Handlung folgt, die das System verändern soll. Ja, was soll das für ein eigenartiges System sein? Wer könnte eine solche strafende Instanz überhaupt darstellen? Wenn man jetzt auf die Straße gehen würde und die Deutschen fragen würde, würden sie wahrscheinlich sofort sagen, ja, da fällt mir spontan Klaus Wieselski von der GDL ein. Denn Wieselski wurde ja von Politikern und von Journalisten vorgeworfen, er nehme die gesamte Gesellschaft in Geiselhaft, um seine Gewerkschaftsziele durchzudrücken. Wenn man aber etwas länger darüber nachdenkt, dann fällt einem doch auf, wie Schwachgewerkschaften eigentlich sind. Zwar können sie mit dem Streik Druck ausüben und die Arbeitgeber dafür bestrafen, dass diese den Forderungen nicht nachkommen. Aber auch Lindblom sagt, dass diese Form von Arbeitskampf nur sparsam eingesetzt werden kann. Sonst verliert man überall den Rückhalt. Und man darf auch nicht vergessen, die Produktionsmittel besitzt ja immer noch die andere Seite. Und von denen und vor allem von dem Lohn ist man am Ende des Tages auch abhängig. Das heißt, da gibt es einfach Grenzen, wie weit man gehen kann. Auch andere Institutionen wie die Kirche, die Familie oder die Schule, die sind permanent dem Wandel unterworfen. Und auch da gibt es keine automatisch strafende Instanz. Dann aber schreibt Lindblom, wenn wir jedoch zu der Gruppe von Institutionen kommen, die man Wirtschaft, Unternehmen oder Markt nennt, ist ein solcher Mechanismus in der Tat bereits in Kraft. Viele Arten von Marktreformen führen automatisch zur Bestrafung in Form von Arbeitslosigkeit oder einer schleppenden Wirtschaft. Wie ist das nun zu verstehen? Nehmen wir an, die Regierung will höhere Steuern. Dann könnten Unternehmen aufhören zu investieren. Oder es gibt eine politische Mehrheit für strengeren Klimaschutzunternehmen, könnten, um Kosten zu sparen, Arbeiter entlasten. Außerdem könnten sie den Standort wechseln. Eine Anwendung oder Ausweitung des Kartellrechts könnten Unternehmen mit Desinvestitionen beantworten. Lindblom erklärt, eine Reformlinie nach der anderen wird durch voraussichtliche Strafen blockiert. Eine Vielzahl von Reformen untergräbt in der Tat die Rentabilitätserwartungen der Unternehmen und führt daher zu einem Rückgang der Beschäftigung. Höhere Unternehmenssteuern verringern die Rentabilität. Die Übernahme der Kosten für die Bekämpfung der Umweltverschmutzung verringert die Rentabilität. Auf unzählige Reformen folgt daher sofort, und zwar schnell, die Bestrafung durch Arbeitslosigkeit. Wir merken an diesen Ausführungen schon, dass es Lindblom nicht darum geht, das Bild von sinisteren Unternehmern zu zeichnen. Vielmehr zeigt er einen Marktmechanismus auf, der in einem marktwirtschaftlichen Rahmen unhintergebar ist. Damit ist der politische Wandel nicht gänzlich gestoppt, da Unternehmen manchmal Veränderungen annehmen, vor allem wenn sie mit Anreizen verbunden sind, die mehr Profite versprechen. Oder aber, wenn man irgendwie andere Mechanismen finden kann, wieder mehr Profite einzufahren. Jedoch hat diese allgemeine Konstellation ein erhebliches Demokratiedefizit. Wir haben schon einmal gesagt, dass Unternehmen wie kleine Diktaturen mit klaren Hierarchien sind. Das ist demokratietheoretisch einerseits schwierig, andererseits gibt es aber auch andere nicht-demokratische Institutionen, zum Beispiel das Theater oder die katholische Kirche. Lindblom geht es jedoch darum, dass die Kapitalseite demokratisch beschlossene Reformen stoppen kann, indem sie die Volkswirtschaft bestraft. Die Unternehmer haben damit eine Art Veto-Recht, dass man ihnen nicht entziehen kann. Dieses automatische Strafen ist mit nichts vergleichbar. Hinzu kommt die Tendenz zu Übertreibungen, wenn Unternehmen so tun, als seien allein neue Umweltauflagen für die schwindende Rentabilität verantwortlich. Oder denken wir an die deutsche Debatte zur Einführung des Mindestlohns, als die meisten Vertreter der Kapitalseite das Ende von Wohlstand und Unternehmertum herbeiredeten und viele Politiker diese Argumentation übernahmen. Ähnliches wiederholt sich jetzt, wenn eine Anhebung des Mindestlohns gefordert wird. Die Mindestlohnenkommission soll in erster Linie den Zweck erfüllen, die Kapitalseite mit an den Tisch zu holen, um Strafaktionen in Form von Arbeitslosigkeit oder Standortverlagerung gleich auszuschließen. Was aber zur Folge hat, dass der Mindestlohn nie genügend angerufen wird. Nun sind beim Mindestlohn unternehmerische Allianzen zu beobachten, die Reformen verhindern wollen. Jedoch ist der von Lindblom beschriebene Zusammenhang von Reformvorhaben und Bestrafung zwar kausal, oft aber gar nicht von den Unternehmen bewusst intendiert. Lindblom schreibt, die Bestrafung ist nicht von einer Verschwörung oder einer Bestrafungsabsicht abhängig. Wenn ein Unternehmer in Erwartung neuer Vorschriften beschließt, eine geplante Produktionserweiterung nicht durchzuführen, hat er uns in Wirklichkeit bestraft, ohne dies beabsichtigt zu haben. Sich einfach nur um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern, ist die Formel für ein außergewöhnliches System zur Unterdrückung von Veränderungen. Und generell sei es in marktorientierten Gesellschaften so, dass die Wirtschaft eine herausgehobene Stellung innehat. Wenn die Wirtschaft schwächelt, dann werden fast nie die Unternehmer ausgewechselt, sondern Politiker und Regierungen. Und dabei ist ein Unterschied besonders augenfällig. Regierungsbeamte werden durch ein System von Befehlen geleitet, Unternehmer durch ein System von Anreizen. Lindblom schreibt, den Unternehmern obliegt die Organisation der Arbeitskräfte der Nation. Und diese Aufgabe an sich ist vielleicht das größte und grundlegendste spezifische Problem der sozialen Organisation, dem sich jede Gesellschaft gegenüber sieht. Unternehmer leiten die Kapitalakkumulation, die Einkommensverteilung und die Ressourcenerhaltung und übernehmen auch speziellere Aufgaben wie die Organisation der Produktion von Stahl, Fahrrädern, Rüstungsgütern, Töpfen und Pfannen und Wohnungen. Nun, man kann Unternehmern nichts befehlen, selbst wenn man Restriktionen erlässt, müssen sich Unternehmer nicht wie Regierungsbeamte fügen. Lindblom sagt, jede Veränderung in ihrer Position, die ihnen nicht gefällt, ist ein Fehlanreiz, ein Anti-Anreiz, der sie dazu bringt, ihre Funktion nicht oder mit weniger Nachdruck auszuüben. Und auch das folgt nicht einem Plan. Wie schon erwähnt, ist Lindblom einer der Erfinder des Modeling-Fu-Modells. Es ist das Marktsystem selbst, das diesen Bestrafungsmechanismus auslöst. So aber kann als Strafmaßnahme die Wirtschaftsleistung geschwächt und die Arbeitslosigkeit erhöht werden. Das hat einen allgemeinen Effekt auf die gesamte Volkswirtschaft. Streiks hingegen, die wirken manchmal punktuell und können auch als Strafe empfunden werden, aber man muss sich bewusst von Seiten der Gewerkschaften dazu entscheiden. Unternehmen hingegen reagieren automatisch auf unliebsame Reformen mit Arbeitslosigkeit und mit Drosselung der Wirtschaftsleistung. Die Unternehmen organisieren sich dabei nicht wie eine Gewerkschaft. Die mobilisieren also nicht ihre Mitglieder. Wenn jedes Unternehmen einfach seinen Profitinteressen folgt, wird die Strafmaßnahme automatisch und flächendeckend vollzogen. Und das ist ja schon demokratietheoretisch hochinteressant. Also man hat ja auch immer von dieser Ehe gesprochen zwischen Demokratie und Kapitalismus. Und hier sieht man so ganz klar, wie der Kapitalismus die Demokratie beschneidet und zwar fortwährend oder die ganze Zeit den Rahmen setzt, innerhalb dessen die Demokratie stattfinden kann. Genau, das sind, also wenn man auf diese Art und Weise wirtschaftet und sich das dann auch einfach in die Verfassung schreibt, dann ab dem Moment sind alle Fragen, die demokratische Politiker entscheiden, halt Fragen davon, wie wird dieses System reguliert. Und dann trifft man aber natürlich immer wieder auf dieses Problem, dass man sagt, naja, wenn zum Beispiel in dieser Gesellschaft Lohnarbeit stattfindet, also nur gearbeitet wird, um Profite für Unternehmer zu machen, dann bedeutet das natürlich, dass zum Beispiel die Forderungen nach höheren Löhnen sich irgendwann mit der Profitabilität zu beißen beginnt. Ja, dass das irgendwann problematisch wird und dass da dann quasi demokratische Politik immer wieder in die Unmöglichkeit gelangt, da groß was dran zu ändern. Klar, man kann die Löhne erhöhen, so und so viel, aber man kann das eben nicht einfach immer weiter spinnen, wie man das vielleicht gerne würde. Und unter diesem Problem, ich weiß gar nicht, ob die demokratische Politik da so darunter leidet gerade, man hat jetzt nicht den Eindruck bei den meisten Parteien, die da im Bundestag sitzen, aber das ist zumindest ein Demokratietheoretisch das Problem natürlich, wenn man mit Demokratie jetzt nicht einfach nur Demokratie meint, wie sie ist, sondern sagt, man hätte das eigentlich gerne partizipativer und auch die Wirtschaft betreffen, dass da irgendwie demokratisch gewirtschaftet wird. Vergleicht man natürlich die Sozialstaaten miteinander, sieht man, dass durchaus mehr möglich ist als woanders, aber das hängt dann auch immer von historischen Konstellationen ab, wir kommen ja gleich noch auf ein Beispiel zu sprechen, zunächst einmal diesen Schluss, den Lindblom uns präsentiert. Dieses Ergebnis ist der Grund, warum der Markt als ein Gefängnis bezeichnet werden kann. Für eine breite Kategorie politischer wirtschaftlicher Angelegenheiten ist er ein Gefängnis für die Politikgestaltung und für unsere Versuche, unsere Institutionen zu verbessern. Er lähmt in hohem Maße unsere Versuche, die soziale Welt zu verbessern, weil er uns mit schleppender Wirtschaftsleistung und Arbeitslosigkeit quält, nur weil wir anfangen, über Reformen zu diskutieren oder sie in Angriff nehmen. Und das, ganz kurz, ich will nur sagen, also es ist schon sehr gut beschrieben. Also man kann jetzt natürlich immer noch sagen, politökonomisch kann man dem noch ein bisschen gründlicher auf den Grund gehen. Also jetzt für den Marxisten wäre klar gut, das sind die ökonomischen Formen, die da entscheidend sind. Wenn wenige dafür arbeiten, wenn alle oder fast alle in der Gesellschaft dafür arbeiten, wenige zu bereichern, wenn das die Art und Weise ist, wie produziert wird, dann ist ja auch völlig klar, dass jede Reform, die dieser Wirtschaft, die eigentlich dem privaten Bereicherungsinteresse dient, die da versucht, Sozialreform einzuführen, für die ganze Gesellschaft was zu machen, dass das natürlich immer wieder scheitern muss. Weil offenkundig diese Wirtschaft ja nicht dazu dient, dass es allen besser geht, sondern dass es einigen wenigen immer besser geht. Aber trotzdem ist es, finde ich, schon mal bemerkenswert, wie gut er dieses demokratietheoretische Problem hier herausarbeitet, vor dem ja ganz viele bürgerlich-liberale immer stehen und das überhaupt nicht verstehen, wie das eigentlich sein kann, dass die Demokratie, die es gibt, den eigenen Ansprüchen überhaupt nicht gerecht wird. Ja, warum tut sich so wenig? Ich spreche hier davon, dass also durch diesen Mechanismus alles so gelähmt wird und wir haben ja genau solche Begriffe wieder, die alle sind wie gelähmt, was ist da eigentlich los, warum ist die Trägheit da? Und dann versucht man ja immer andere Antworten darauf zu finden. Also man spricht ja gern von sozialer Trägheit und man blendet dabei aber dieses Bestrafungssystem namens Markt aus. Und wenn wir uns das mal ansehen bei Debatten derzeit, bestimmen Politikwissenschaftler und Journalisten wie Albrecht von Lucke, Hedwig Richter oder Bernd Ulrich die Debatten um die ökologische Wende und die reden ja ständig davon, dass Zumutungen nichts Schlechtes sind, dass die Politik sie den Menschen auch einfach mal abverlangen sollte, fragt man sich natürlich auch immer, ja, aber diese Menschen, denen man das abverlangt, die wählen ja beim nächsten Mal. Also das denken ja Politiker sowieso schon mal mit. Aber hier geht es also ganz klar so um das Individuum, dem man was zumutet und diese Aufwertung des Begriffs Zumutung, die ist ja nicht bezogen auf, wir muten den Besserverdienenden was zu, sondern das geht ja nicht nur um den Porsche-Käufer, sondern auch mittlerweile um Normal- und Geringverdiener. Und da wird dann immer so getan, als sei es die träge, uneinsichtige, hedonistische Gesellschaft, die das Drehen am ganz großen Rad verhindert. Jetzt wollen wir als allerletzte leugnen, dass ein sehr großer Teil der Bürger diese Eigenschaften besitzt. Jedoch würde sich das Marktgefängnis nicht ändern, wenn seine Insassen einfach nur eine andere Einstellung haben, zum Beispiel zum Thema Klimaschutz. Der Markt würde weiterhin jede Klimaschutzmaßnahme bestrafen, die die Rendite schmälert. Und das kann man ja dann auch immer praktisch sehen in der Politik, wie schwierig es ist, eine effektive Klimapolitik zu machen. Da sagen Liberale immer, ja, hebt doch einfach die CO2-Preise an. Und man steht davor und denkt sich, ja, aber es sind ja konkurrierende Staaten mit eigenen Kapitalen, die genau wissen, wenn wir die Preise zu sehr anheben, sodass es wirklich einen effektiven Klimaschutz ergeben könnte, dann wird einfach nur ausgewichen in andere Länder. Aber wir sehen hier sehr schön, es ist nicht so, dass einfach die individuelle Einstellung die Sache selbst ändert. Und in anderen Bereichen können wir das ja aber sehr wohl erleben. Nehmen wir einen Bereich, der tatsächlich nur eine Frage der Einstellung ist, nämlich die Sexualität. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Gesellschaft und damit auch die Sexualmoral radikal gewandelt. Selbst die meisten konservativen Politiker stellen heutzutage nicht mehr die Ehe für alle in Frage. Kein Politiker, der die Tassen im Schrank hat, würde heute noch anprangern, dass jedes dritte Kind außerehelich geboren wird. Vieles, nicht zuletzt linker Aktivismus, hat im Bereich Sexualität für eine tolerante Einstellung in der Mehrheitsgesellschaft gesorgt. Lindblom erwähnt da auch den Wandel durch technischen Fortschritt. Und wir sehen hier, gut, liberalisierte Sexualität und Fortschritt, die hemmen aber ja auch nicht die Rentabilität des Marktes. Oftmals wächst diese sogar durch mehr Offenheit und Toleranz. In diesen Bereichen ist es tatsächlich einfach eine Einstellungssache. Im Bereich des Marktes jedoch sehen wir keine größeren Veränderungen. Geringen Verdienern geht es trotz Mindestlohn und einigen Reformchen nicht wesentlich besser. Die Altersarmut nimmt ebenso zu wie die Kinderarmut. Die Reallöhne stagnieren, während die Mieten explodieren. Nehmen wir an, wir hätten eine politische Mehrheit im Parlament und auf den Straßen für eine erhebliche Mindestlohnerhöhung und eine Anhebung des Spitzensteuersatzes. Das heißt, die Durchsetzung wäre demokratisch ohne Friktionen möglich. Der Markt würde jedoch diese Reform versuchen zu bestrafen in Form von Arbeitslosigkeit und Verlagerung von Unternehmen. Soweit das möglich ist, muss man hier immer hinzufügen. Also man darf es jetzt auch nicht überschätzen, was die Unternehmen dann so machen können. Manchmal müssen sie sich dem auch dann einfach fügen und neue Wege finden. Das klingt natürlich trotzdem fatalistisch. Und das wurde Lindblom auch immer wieder vorgeworfen. Jedoch sind die Spielräume nicht besonders groß. Dessen muss man sich gewahr sein. Allerdings gibt es die Möglichkeit, solche Maßnahmen im Verbund mit Erleichterungen für Unternehmen umzusetzen. Also man könnte beispielsweise den Mindestlohn erhöhen und dafür die Umweltstandards senken. Lindblom, ja, das ist jetzt auch nicht, was man unbedingt will. Lindblom spricht in diesem Zusammenhang von Lösegeld, dass die Politik den Unternehmen zahlen kann. Ja, das ist irgendwie auch nicht viel weniger fatalistisch, weil es ja weiterhin klar macht, okay, man muss die eine sinnvolle Sache, nämlich höhere Löhne, also ein besseres materielles Leben für einen Großteil der Bevölkerung, gegen eine andere sinnvolle Sache abwägen, nämlich Umweltschutz, weil in dieser Ökonomie alles davon abhängt, es den Unternehmern recht zu machen. Ja, solange es denen nicht recht gemacht wird, wird überhaupt nicht profitiert. Ich meine, man kann noch darüber nachdenken, ob man durch starke Subventionen das ausgleicht und diese Subventionen auch dann noch sinnvoll sind. Also ich würde auch sagen, da gibt es auch sinnvollere Spielräume oder nicht ganz so fatale Oppositionen, wie ich sie jetzt hier aufgemacht habe. Aber tatsächlich, ohne das wird es nicht gehen. Also ohne ein bisschen Lösegeld wird es nicht gehen. Gut, aber auch Subventionen sind ja letztlich eine Umverteilung. Entweder eine Umverteilung von unten nach oben, also kommt ja darauf an, wen du, wenn du zum Beispiel eine zusätzliche Subvention einführen willst, wen du beispielsweise dann besteuerst, wenn wir es mal von einem Staat ausgeben, der das über Steuern löst. Denn Subventionen über Schulden zu managen scheint mir jetzt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen unwirtschaftlich. oder aber man muss irgendwie die sonstige Wirtschaft quasi in die Mangel nehmen. Also dass man sagt, die eine Branche, der werden Profite weggenommen, um sie dann in die andere zu leiten oder so. Aber so oder so, auch das ist ja auch ein heikles Thema. Der Markt ist also zu einem Gefängnis des Denkens geworden. Man kann überhaupt nicht anders als so denken. Was man ja auch kennt, Lindblom veranschaulicht das an einem Beispiel, das uns selbst aus der letzten Zeit gut vertraut ist. Er schreibt, eines unserer wirtschaftlichen Probleme lautet, dass gewerkschaftlicher Druck auf die Löhne eine Inflation oder eine Einschränkung der Beschäftigungsmöglichkeiten in dem unmittelbar betroffenen Industrieunternehmen verursacht. Vergessen wir jetzt mal die Tatsache, dass es eine Lohnpreisspirale eigentlich nie so recht gegeben hat historisch. Vermutlich in dem jetzigen Fall auch, weil die EZB rechtzeitig strafend eingegriffen hat. Da musste gar nicht der Markt irgendwas machen. Darum geht es hier aber nicht. Sondern Lindblom sagt, man könnte der Aussage zustimmen, man könnte sie aber auch anders formulieren. Nämlich wie folgt. Angesichts des unvermeidlichen und verständlichen Wunsches der Arbeitnehmer, ihren Anteil am Volkseinkommen zu erhöhen, wird ein Marktsystem Inflation oder Arbeitslosigkeit erzeugen. Eine solche Erklärung, die die Schuld von den Arbeitnehmern auf die Arbeitgeber verlagert, hören wir jedoch so gut wie nie. Lindblom zeigt auch mit Blick auf Klimaschutzdebatten, wie sowohl das Denken der Politiker als auch das der Medien und der Wissenschaften vorwiegend im engen Rahmen des Marktes verläuft. Marktgerecht muss alles gestaltet werden, anders wird es gar nicht bedacht. Insofern hat Lindblom recht, wenn er auf das Gefängnis des Denkens verweist. Jedoch unterminiert er am Ende seines Aufsatzes ein bisschen die eigene These. Wenn der Markt ein automatischer Strafmechanismus ist, dann gilt das, egal wie eingesperrt oder befreit, das Denken ist Lindblom, gesteht der Politik, schließe ich dann doch etwas mehr Spielraum zu, als der Markt, folgt man der anfänglichen Argumentation des Aufsatzes, es eigentlich zulässt. Dieser Widerspruch ist nicht allein Lindbloms Problem. Im Prinzip sind alle reformistischen Debatten davon geprägt. Etwas mehr Lohn, etwas mehr Arbeitszeit, etwas höhere Steuern und effektivere Umweltauflagen wären schon möglich, aber nicht zu viel, sonst ist das wiederum schädlich für den Markt. Man fragt sich, ab wann ist es denn zu viel und ab wann wird man bestraft? Schlussendlich verlässt Lindblom den medienkritischen Pfad wieder, um zu konstatieren. Mein Hauptargument war jedoch, dass die Marktsysteme die Politik bestimmen. Diejenigen von uns, die in diesen marktorientierten Systemen leben, die als liberal-demokratisch bezeichnet werden, haben deutlich weniger Kontrolle über die Politik, als wir dachten. Und wir sind auch weniger freier, als wir vielleicht dachten. Übrigens, wenn man vom Gefängnis spricht, ist es ja auch so, du hast es ja gerade selbst gesagt, man kann ja schon irgendwas machen, man kann ja schon höhere Löhne, man kann ja strengere Umweltmaßnahmen beschließen, nur allzu streng oder allzu hoch dürfen die auch nicht sein, sonst wandert das Kapital ab. Das wissen wir alle. Und das Interessante ist ja, dass das Gefängnismarkt in unserem Kopf so stark ist, dass, oder gerade auch in dem Kopf von Politikern so stark ist, ist, dass man sich ja gar nicht mehr die Frage traut, wie weit könnte man es denn treiben? Also da wird sofort gesagt, ja, ein Mindestlohn muss ja sofort Arbeitslosigkeit erzeugen. Obwohl es ja komplett klar ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Mindestlohn von 50 Cent wird eingeführt, hätte man, also hätte man vor 15 Jahren gesagt, in so einer Debatte zu Hans-Werner Sinn, naja, aber sie werden doch auch zugeben, ein Mindestlohn von 50 Cent pro Stunde wird jetzt auch nicht zur Arbeitslosigkeit führen. Ja, also man kann ja irgendein Mindestlohn schon einführen. Irgendwann wird es problematisch, aber irgendwo kann man den ja schon ansetzen. So, aber weil man quasi schon diese Schere so im Kopf hat, ist es so, dass von Anfang an man sich dieses Denken überhaupt nicht erlaubt und überhaupt nicht austestet, wie weit man gehen kann und quasi sofort sagt, nee, das können wir nicht machen, weil das könnte ja sein, dass wir den zu hoch ansetzen und damit die Industrie vertreiben. Und dadurch wird dann möglicher sozialer Fortschritt verhindert. Also das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, das ist ja auch auf diese Weise ein Gefängnis in unseren Köpfen. Wenn man jetzt diese ganze Limitierung sich vor Augen führt, dann muss das ja nicht per se in Resignation münden, sondern das öffnet eigentlich das Denken für ein Jenseits des Marktes, das Lindblom nur erwähnt, aber bewusst nicht ausführt. Die Kritik am marktorientierten Denken ist auch insofern wichtig, als sie uns, mit Luhmann gesprochen, mehrere Systeme, das System der Medien, der Politik und der Wissenschaft aufzeigt, die aber offenbar alle dem System der Ökonomie beziehungsweise des Marktes unterworfen sind. Dass die Wirtschaft oberste Priorität hat, spüren wir intuitiv und da wir Teil dieser Wirtschaft sind als Konsumenten und Produzenten, sollte uns das auch nicht wundern. Jedoch drängt sich die Frage auf, wie wirksam zum Beispiel demokratische Wahlen sind, wenn der Markt letztendlich bestimmt, was geht und was unterlassen werden muss. In den vergangenen 40 Jahren wurde Lindbloms These viel diskutiert und auch kritisiert. Wir wollen zwei Perspektiven auf Lindblom aufzeigen. Gerade die Politikwissenschaften haben sich häufig mit Lindblom beschäftigt, so zum Beispiel Hecker und Pearson. Sie zeigen in ihrem Aufsatz, wie hoch der Einfluss von Unternehmen vor der großen Depression in den USA und während des New Deals war. Die 20er und 30er Jahre sind in den USA deshalb interessant, weil sich unter Roosevelt viele sozialstaatliche Maßnahmen durchsetzten und wir uns die Frage stellen, irrt Lindblom also? Hecker und Pearson schreiben, vor der großen Depression haben die Wirtschaft dank der strukturellen Macht, die ihr durch den dezentralen Charakter des amerikanischen Föderalismus verliehen wurde, eine privilegierte Stellung in der amerikanischen Politik ein. Die Furcht der Staatsoberhäupter vor Kapitalflucht und vor den möglichen negativen Auswirkungen von Sozialreformen auf die Volkswirtschaften der Bundesstaaten schränkte das Spektrum der durchführbaren Reformen auch ohne aktives Eingreifen der Wirtschaft stark ein. Die Weltwirtschaftskrise und ihre politischen Nachbeben verlagerten jedoch den Ort der politischen Entscheidungsfindung drastisch auf die Bundesebene und entzogen der Wirtschaft eine wichtige Quelle ihres strukturellen Einflusses. Das heißt also, Lindblom liegt zunächst völlig richtig. Die USA mit ihren verschiedenen Bundesstaaten waren vor der Krise politisch wenig geeint. Die einzelnen Bundesstaaten haben gerade in Bezug auf Sozialreformen die Kompetenzen. Zudem konkurrieren die Staaten untereinander, was dazu führt, dass die Unternehmen von einem Unterbietungswebwerb profitieren. Man muss sich das so vorstellen, als sei heute der Mindestlohn in Deutschland Ländersache. Das hätte zur Folge, dass jede Landesregierung durch einen niedrigen Mindestlohn um Unternehmen buhlen würde. Das klingt wahnsinnig absurd, aber da fällt einem doch gerade ein, es gibt doch so etwas Ähnliches mit den Gemeinden, die nämlich bestimmen den Hebesatz jeweils für die Gewerbesteuer und sind damit auch in einem permanenten Unterbietungswettbewerb. Das Argument der Konkurrenzfähigkeit kennen wir zudem aus dem Globalisierungsdiskurs, dass man natürlich wettbewerbsfähig sein muss auf globaler Ebene. Für das damalige Amerika galt aber, wenn Washington für die gesamte Nation entschied, fiel der Wettbewerbsvorteil zwischen den Bundesstaaten weg, dann galt das ja für alle. Und diese Zentralisierung kam erst in der großen Depression und damit wurde die Kapitalmobilität auch ausgebremst. Das heißt, wenn das in Washington beschlossen wird für alle, kann man nicht mehr sagen, na dann gehe ich halt nach Texas oder so. Das galt ja dann auch dort. Bei all dem, so Hacker und Pearson, sollte ohnehin immer bedacht werden, dass die strukturelle Macht der Unternehmen eine Variable, keine Konstante ist. Wenn der Einfluss von der Angst vor Desinvestition abhängt, dann hängt er davon ab, wie glaubwürdig die politischen Entscheidungsträger diese Bedrohung einschätzen. Ein wichtiger Aspekt dieser Glaubwürdigkeit ist die Leichtigkeit, mit der Investition in eine andere politische Zuständigkeit verlagert werden können, sodass Unternehmen mit sehr immobilen Anlagen weniger in der Lage sind, strukturelle Macht auszuüben. Das bedeutet also, mit Kapitalflucht kann nicht jedes Unternehmen drohen. Hacker und Pearson weisen außerdem darauf hin, dass nicht alle sozialen Maßnahmen den Bestrafungsmechanismus auslösen. Ja, wir haben im Podcast schon über das europäische Lieferkettengesetz gesprochen, dem viele Unternehmen wohlwollend gegenüberstehen. Zudem betonen Hacker und Pearson, dass auch die kulturelle und politische Tradition ausschlaggebend sind. Uns fällt sofort ein Beispiel dafür ein. Für einen großen Teil der Amerikaner ist eine allgemeine Krankenversicherung nicht vorstellbar. Ja, geradezu sozialistisch. Während in Deutschland kaum jemand für eine Abschaffung zu begeistern wäre. Das heißt, kapitalistische Demokratien sind verschieden. Zudem ist die Kapitalseite in vielen Punkten uneins. Wir können das ja zum Beispiel gut daran beobachten, dass manche Unternehmen die grüne Transformation wollen und davon profitieren würden, während alte Industrien dagegen ankämpfen, weil sie wiederum darunter leiden würden. Manche sozialstaatlichen Maßnahmen haben auch die Kapitalseite als Freund. Das Wohngeld ist in erster Linie eine Subvention für die Vermieter. Deshalb ist es bei Neoliberalen deutlich weniger in der Kritik als zum Beispiel das Arbeitslosengeld. Blicken wir noch einmal in die Historie. Hacker und Pearson schreiben, dass eine Sozialversicherungsgesetzgebung zur Absicherung von Risiken im Zusammenhang mit Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Alter vor der Krise vom Kapital nicht unterstützt wurde. Und dann schreiben sie, angesichts der weitverbreiteten Ablehnung durch die Wirtschaft verabschiedete kein Staat vor 1929 eine Alterskranken oder Arbeitslosenversicherung. Bedeutet, alles, was die Kosten für Unternehmer in die Höhe treiben würde, konnte sich nicht durchsetzen. Mit der Zentralisierung der Macht, Stichwort Washington, mit einer Stärkung der Institutionen und durch die tiefe wirtschaftliche Rezession waren den Unternehmen in der großen Depression die Hände gebunden. Pearson und Hacker zeigen auf, dass bei den sozialpolitischen Entscheidungen die Unternehmen kaum Mitspracherecht hatten und es ihnen auch sonst nicht gelang, eine Mehrheit gegen die Maßnahmen zu mobilisieren. Was auch logisch ist, wo die Arbeitslosigkeit und die Rezession so groß sind, da kann man auch nicht mehr damit drohen, sonst werdet ihr arbeitslos, das sind die Leute ja dann schon. Das widerlegt aber nicht Lindblom. Vielmehr, auch wenn das Hacker und Pearson nicht nahe legen, haben wir es hier mit einem Ausnahmezustand zu tun, in dem das Politische wieder in den Vordergrund tritt und der politische Souverän entscheidet. Also das gilt eigentlich immer für einen Ausnahmezustand, dass da das Politische plötzlich wieder ganz wichtig ist, der politische Souverän. Ja, also Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, ist der Satz von Karl Schmitt. Und Ähnliches können wir ja auch bei Kriegen erleben. Wenn die drohen oder schon da sind, denken wir auch an die britische Kriegswirtschaft, wo sogar Preiskontrollen Gang und Gäbe waren. Aber das Bemerkenseite ist jetzt, ja wir sehen, das ist immer noch doch eine Entscheidung des Staates. Also der Staat kann da auch anders. Ich meine, wenn man auf China beispielsweise blickt, wo man beispielsweise viel weniger Liberalität hat, was Investitionen angeht, was, sag ich mal, Kapitalabflüsse aus China raus angeht, alle solche Dinge, das ist ja etwas, das anscheinend ist es möglich, einen Kapitalismus auf diese strenge Art und Weise zu regulieren und sogar am Beispiel Chinas, wie man sieht, sehr erfolgreich zu regulieren. Ja, eine unglaubliche Wachstumsgeschichte die letzten Jahrzehnte. Und trotzdem ist es Kapitalismus. Das heißt, es ist eigentlich, muss man ja schon sagen, eine bewusste Entscheidung dieser demokratischen Staaten zu sagen, wenn nicht gerade Krieg ist, wenn nicht gerade Ausnahmesituation ist, oder Krise ist oder so, wenn das nicht ist, dann ziehen wir uns zurück und lassen die da machen. Also das ist wirklich, muss man sagen, weil oftmals wird es so dargestellt, ja, der böse Markt, der hat hier irgendwie den Staat im Griff. Nein, der Staat hat die Gewalt, das ganz anders zu machen, ganz anders zu handhaben. Der kann zum Beispiel dafür sorgen, dass, was weiß ich, Maschinen nicht außer Landes gebracht werden und außer Landes produziert wird, indem er einfach mit seiner Gewalt sagt, nee, gehört jetzt uns. Das kann er machen, macht er aber bewusst nicht. Also er zieht sich bewusst aus der Ökonomie da zurück. Das ist ja schon bemerkenswert. Also Lindblum hat sich das natürlich nicht für China angucken können, Anfang der 80er, aber für die Sowjetunion und sagte, also wo die dann mal so ein bisschen, dass wir den Markt geöffnet haben, haben die eigentlich diesen Mechanismus auch gleich mit reingenommen. Und in China sind die natürlich davon abhängig, dass diese Wachstumsgeschichte funktioniert. Das heißt, wenn man eine große Arbeitslosigkeit produziert und man sieht ja auch, was da dann für Misswirtschaft getrieben wird im Immobiliensektor, dann kommt man auch in die Gefahr. Ja, deswegen ist ja auch China jetzt gerade dabei, so ganz stark auf den Binnenmarkt zu setzen. Und wenn man über eine Milliarde ist, dann hat man da auch viele Leute, denen man was verkaufen kann. Dann merkt man da schon, dass man also diesen Marktmechanismus nicht völlig ausblenden kann. Man kann ihn sicherlich stärker einschränken, aber man entgeht der Marktlogik, sobald man in einem Markt ist, eigentlich nicht, sagt Lindblom. Und er geht, muss man ja auch sagen, nicht von diesem Ausnahmezustand aus, den wir eben geschildert haben, sondern von geordneten Verhältnissen. Also werfen wir nochmal einen Blick auf ein Update, ein weiteres Update, beziehungsweise eine Verschiebung von Lindbloms Thesee. Und zwar Karl Peppa und Thelen sehen sich in einem Paper die Big Tech-Unternehmen Facebook, Amazon, Apple, Google und Microsoft an. Und die Autorinnen konzentrieren sich auf die Macht, die die Plattformen auf die Verbraucher ausüben. Und sie sagen, von der Politologie übersehen wird die enge Verbindung von Konzernen und Verbrauchern, das heißt, die Verbraucher gehen eine Allianz mit den großen Plattformen ein. Man könnte auch sagen, die Verbraucher werden in ein Gefängnis gesperrt von den Plattformen, da diese Plattform wichtige Infrastruktur bereithält für einen. Wir kennen das mit all unseren Social Media Sachen oder mit den Bestellservices, die wir nutzen. Und dadurch entsteht eine enge Bindung zwischen Verbraucher und Unternehmen und ist also eine politische Handhabe, die so aussieht, dass Unternehmen eingeschränkt werden in ihrem Tun, irgendwas nicht mehr machen dürfen, Airbnb nicht mehr so viele Zimmer und so vertreiben kann, birgt die Gefahr, dass die Bürger nicht sagen, das ist eine demokratische Entscheidung, sondern sie sich als Verbraucher angesprochen fühlen und sagen, das geht ja gar nicht, ich komme ja jetzt nicht mehr günstig an meine Waren. Das war doch immer toll, alles mit dem Smartphone zu bestellen, etc. Und das ist nochmal so eine neue Form des Gefängnisses, das aber erst dadurch entstanden ist, dass man diese Infrastrukturen hat, der Plattformökonomien oder was man auch proprietären Kapitalismus nennen kann. Carl Pepper und Thelen schreiben, ihre politische Stärke ergibt sich nicht allein aus der Höhe ihrer Lobbyausgaben, wissen wir ja, Google und so geben viel aus in Brüssel und sonst wo, sondern aus der Art und Weise, wie das politische Terrain, das sie betreten, bereits zu ihren Gunsten geneigt ist. Wer will schon der Politiker sein, der mir den Zugang zu billigen Konsumgütern verwehrt, der über Amazon Prime am nächsten Tag geliefert wird. Politiker greifen mit Reformen des Daten- und Arbeitsschutzes direkt in das Leben der Bürger ein, die sich primär als Verbraucher sehen. Zwar mag man hin und wieder als Politiker die Verbraucher auf seiner Seite haben, etwa momentan ist das ja der Fall, wenn amerikanische Politiker ein Kartellrechtsverfahren gegen Ticketmaster anstreben. Alle ächzen unter zu hohen Kartenpreisen. Folglich macht man sich da beim Wähler beliebt, aber das ist eher die Ausnahme. Karl Pepper und Thelen argumentieren, dass Plattformen Infrastrukturen sind, an die sich die Verbraucher gewöhnt haben und die sie schätzen. Sie schreiben, Die erfolgreichsten Unternehmen dieser Art haben sich als außerordentlich geschickt darin erwiesen, ihren loyalen, in vielen Fällen sogar gefangenen Kundenstamm in eine aktive öffentliche Erzählung und politische Werbestrategie einzubinden, um sich die legislative und rechtliche Unterstützung für ihr Geschäftsmodell zu sichern. Dabei müssen wir uns klar machen, dass jeder Bürger ein Verbraucher und jeder Verbraucher ein Bürger ist. Die Autorinnen erklären, es gibt zahlreiche Forschungsarbeiten zum Datenschutzparadoxon, von denen einige belegen, dass Verbraucher in Umfragen zwar behaupten, dass sie den Datenschutz mögen, ihn aber in ihrem tatsächlichen Verhalten im Austausch für geringfügig niedrigere Preise oder mehr Komfort opfern. Zitat Ende. Zwar sprechen sich die Bürger häufig dann für den Datenschutz aus, aber als Verbraucher tun sie etwas anders. Zudem kommt, dass die Mehrheit der Bürger eher Tech-Unternehmen als der Politik vertraut, wie zum Beispiel der jährliche Edelmann-Trust-Barometer belegt. In der Regel schlägt der Verbraucher den Bürger und das können wir ja auch alle ein bisschen bei uns beobachten. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man bei jeder Website, die man neu öffnet, erst mal anklicken darf, macht mit meinen Cookies, was ihr wollt, ist mir scheißegal, Hauptsache ich kann jetzt die Website benutzen. Das ist ja schon etwas, das viele Leute auf die Palme bringt, bis auf so 0,5% der Gesellschaft, die das mit dem Datenschutz vorbildlich ernst nehmen, aber der Rest sagt ja einfach, ist mir wurscht, ich will einfach nur die Website benutzen können und ich glaube, bei diesen Gedanken ertappen sich doch an Wahrheit die allermeisten. Culpepper und Thelen bringen folgendes Beispiel. Der Prime-Liefer-Service von Amazon beispielsweise basiert auf harten Arbeitspraktiken, die es dem Unternehmen ermöglichen, Waren schneller und billiger als je zuvor zu liefern. Ein genauer Blick darauf, was es dem Unternehmen ermöglicht, unsere Einkaufsbedürfnisse so schnell und kostengünstig zu erfüllen, würde jedoch voraussetzen, dass die Verbraucher eine Mitschuld an der Ausbeutung tragen, die diese Praktiken mit sich bringen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Verbraucher zu diesem Thema mobilisieren, da sie selbst mitschuldig sind. Und da sie natürlich auch davon profitieren, möchte man noch ergänzen. Die Enthüllungen Edward Snowens, die sorgten ausnahmsweise mal dafür, dass die Verbraucher merkten, dass die Unternehmen gar nicht auf ihrer Seite stehen, sondern sie ausspähen. Kurzzeitig gab es da eine Mehrheit für mehr Regulierung durch die Politik. Verbraucher können also wütend werden, haben aber ein kurzes Gedächtnis und können sich nicht wie Arbeiter in einer Gewerkschaft organisieren. Die Atomisierung, auf die eine Gesellschaft von Verbrauchern hinausläuft, verhindert eine Solidarisierung. Außerdem ist eine Abstraktionsleistung häufig nötig und die wird dann nicht erbracht, wenn man als Verbraucher davon profitiert, dass einem von einem nicht versicherten Scheinselbstständigen günstig Essen geliefert wird oder man von dem billig hin und her gefahren wird, das viel billiger ist als Taxifahren, denkt man nicht zugleich darüber nach, dass das auch ein Problem sein könnte für Renten- und Krankenkassenbeiträge. Es handelt sich bei den Plattformen, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, um ein neues Gefängnis, das den Verbraucher belohnt, aber ihn als Bürger zugleich bestraft. Ja, und vor allem denken die Konsumenten natürlich nicht an die, die die Arbeit verrichten. Und da würde ich auch sagen, ist es sehr bemerkenswert, das sind ja auch oftmals eben keine Staatsbürger. Also da kann man eigentlich nicht sagen, ja, als Verbraucher belohnt, als Bürger bestraft. Denn, also das kann man zum Beispiel sagen, bei diesem Beispiel mit Airbnb. Ja, irgendwie alle sind genervt, wenn in der Nachbarschaft die Wohnungen teurer werden. Aber dass es zum Beispiel damit zu tun hat, dass solche Plattformen Wohnungen als Ferienwohnungen benutzen, unangemeldet. Also das ist ja so ein Widerspruch, den alle sofort sehen. Bei diesem Thema billige Arbeit ist es ja so, das sind oftmals ja ohnehin migrantische Menschen, die also keine Staatsbürger sind, die also auch auf die demokratische Politik keinerlei Einfluss nehmen, weil kein Politiker, die irgendwie in Betracht ziehen muss, ja, die gehen nicht wählen, die sind in dem Sinne für die Politiker egal. Und von daher haben wir es hier nochmal mit so einem besonders starken Sonderfall zu tun. Also da hat man eigentlich die Bürger und Konsumenten auf der einen Seite und die Arbeiter auf der anderen Seite, die da nicht so richtig dazugehören. Das, was wir jetzt eben festgestellt haben oder was wir vorgetragen haben, ist auch ein interessanter Aspekt, der aber auch Lindblom nicht widerlegt. In vielen kritischen Auseinandersetzungen mit Lindblom, das kann man allgemein sagen, wird das Ziel verfehlt. Da wird nach empirischen Belegen für den Einfluss von Unternehmen auf bestimmte Gesetze gesucht und wenn diese nicht gefunden werden, gilt Lindblom da als widerlegt. Dabei ging es ja Lindblom eben nicht um einen, oder dabei ging es eben, ich sag mal umgekehrt, es ging ihm um einen nicht intendierten Strafmechanismus. Es ging ihm letztendlich um den grundsätzlichen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit. Karl Pepper schreibt in einem anderen Beitrag, doch je weiter man sich von den direkten politischen Folgen der Einflussnahme durch Unternehmen entfernt, desto schwieriger wird es, die kausale Wirkung struktureller Macht eindeutig zu bestimmen. Das stimmt, aber das sind nur einmal die Grenzen der Empirie und offenbar wollen einige Wissenschaftler nicht den Sprung in die Theorie machen. Lindblom ging es darum zu zeigen, wie man in einer Marktgesellschaft von Wachstum und Beschäftigung abhängig ist und diese Abhängigkeit steht über politischen Entscheidungen. Es ging Lindblom nicht um eine Kritik am Lobbyismus, deswegen ist das verfehlt, wenn dann in irgendwelchen Papers nachgeguckt wird, wie aktiv irgendwelche Unternehmen lobbyiert haben für dieses oder jenes Gesetz und glauben dann damit, Lindblom belegen oder widerlegen zu können. Und in dieser Abstraktion ist Lindblom immer noch aktuell. Der Markt ist ein Gefängnis, nicht immer und zu jeder Zeit, aber grundsätzlich schon. Große soziale Fortschritte, die der Strafe des Marktes entgehen, sind innerhalb dieses Systems schwerlich denkbar. Aber die politischen Spielräume sind natürlich wesentlich größer als die Kapitalseite und deren politische Vertreter es uns weismachen wollen. Das galt zu Lindbloms Zeiten und das gilt auch noch heute. Jetzt ist aber erst einmal Schlussfolger, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me Schrägstrich Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank! Vielen Dank!